Ja, let's go! Und ich habe natürlich die Kommentare unter dem letzten Video durchgelesen. Und da haben viele drunter geschrieben, dass ich mit einem Hertha-Team spielen soll. Und das habe ich dann auch, wie ihr es jetzt hier seht, gemacht. Ihr seht hier mein Team, was ich zusammengebaut habe. Eine Hertha-Mannschaft, so Bronze-Spieler, Gold-Spieler, Silber-Spieler, alles dabei. Wusstet ihr Bescheid? Und Freunde, heute, dadurch, dass ihr die letzte Folge gewonnen habt, sind schon 20 Euro PSN-Guthaben im Checkpoint. Also, sollte der Gegner gewinnen, der kann hier auf jeden Fall eine 20er PSN-Karte absahen. Ist auf jeden Fall schmackhaft hier vor Weihnachten noch. Und deswegen, ich frage jetzt wieder auf Instagram, mache ich eine Story, so und so, wer hat Bock gegen mich jetzt zu spielen. Und der, der mir als erstes, als allererstes schreibt auf die Story, gegen den spiele ich. Und ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Wir sehen uns gleich dann, wenn wir den Gegner gefunden haben. Bis gleich. So, Freunde, wir haben jetzt hier den Gegner, LocoSquad. Ich glaube, Leverkusen-Fan. Ich glaube, er feiert Luciano Ehrenmann an der Stelle. Ich glaube, er weiß gar nicht, dass ich mit einem Hertha-Team spiele. Er denkt jetzt, ich spiele mit meinem richtigen Team. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber ich bin auch gespannt, was er für ein Team hat. Deswegen müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall, wir gucken mal sein Team an. Erzschmeichel, Raikardt, Bailey, Harvard, Safe, Futmers. Es geht. Ist auf jeden Fall besser als meins. Das ist klar. Ja, wir starten einfach mal rein. Ich bin echt mal gespannt, Freunde. Wie das hier wird. Mit einem Hertha-Team. Ich habe keine Ahnung. Aber Gegner schwitzen schon gut rein. Merkt man hier direkt. Ah, Jordan ist da, Freunde. Jordan ist da. Freunde, ihr müsst euch das so vorstellen. Der Gegner spielt hier mit einem richtig guten Team. Schwitzt ordentlich rein. Und ich spiele mit einem Hertha-Team. Aber es geht um 20 Euro. Also, ist auf jeden Fall nicht schwer. So ist es für mich auf jeden Fall auch eine Challenge. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es ausgewirrt. Wir haben jetzt nach 20 Minuten noch keine richtige Torchance. Richtig. Ja, moin. Vielleicht ja jetzt Selke. Aber ihr seht es hier. Die Spieler, wie die sich bewegen lassen. Das ist nicht das Wahre, Freunde. Also, Luki Bakio, geh. Geh ab. Mach ihn. Oh, was macht denn der? Der hat doch vier Sterne Weakfoot. Bruder. Oh, Glück gehabt, Freunde. Glück gehabt. Ey, Freunde. Der Gegner ist ein richtiger Reinschwitzer, Alter. Ein richtiger Reinschwitzer. Ah, ja. Aha. Lass mal so stehen. Ey, wie die Spieler sich bewegen lassen, ne? Das ist zu krass. Yo, Digga. Was er für Tore macht. Was er für Tore macht. Ah, vor einer Halbzeit. Ey, das ist so schwer mit dem Hertha-Team, ne? Gegen den Gegner hier. Ah, was wir da machen. Ja, Freunde. Das ist, das ist 1 zu 2 der Anschlusstreffer. Sadio Manil. Haben wir eingewechselt. Macht den Aus... Naja, nicht den Ausgleich. Macht den Anschlusstreffer. Ciao und der Abwehrboss, Freunde. Ciao und der Abwehrboss. Ich bin's. Ich bin's. Mom. Ah, schade. Schade. Das macht der Gegner aber einen Fehlpass. Und... Das tut zwar nicht aus. Gegner hat's gerochen, dass wir sweaten. Ja. Guter Riecher. Oh, Till Rosun, Freunde. Haut dir das 2-2 unter die Latte, Alter. Der Silberspieler richtet 2 zu 2, Freunde. Aber ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Ja, sehen wir's nochmal. Ah, Tor noch dran. Lenkt nur die Latte. 2-2. Und der Gegner hat ihn uns auch unter die Latte. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Oh, Jaststein hält uns hier im Spiel, Freunde. Gute Parade. Ja. Ja, moin. Oh, ne. Nochmal eine richtig krasse Chance hier. Gegner gewinnt das Spiel. GG an ihn. 20 Euro. Ist okay. Ich hab mit dem Hertha-Team gespielt. Was wir machen, Freunde. Ist leider Gottes so. Aber ist echt schwer in so einem Team. Gegner hat der Messi, etc. Hat er gut gemacht. GG auf jeden Fall an den Gegner. Ja, Freunde. Das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe natürlich sehr. Es hat euch gefallen. Und ja, wie ihr es gesehen habt. Der Gegner hat gewonnen. Sprich, er bekommt jetzt die 20 Euro PSN-Karte. Ähm, und in der nächsten Folge sind dann wieder 10 Euro im Checkpot. Sprich, das Budget geht wieder runter auf 10 Euro. Und ja, Freunde. Das war jetzt auch das letzte Video vor Weihnachten. Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Und es werden aber in diesem Jahr auf jeden Fall noch Videos kommen. Gar keine Frage. Check gerne auch unten in der Videobeschreibung Instagram ab, Freunde. Ist aktuell nämlich noch ein Gewinnspiel am Laufen. Läuft noch ein Tag. Könnt ihr eine 50 Euro PSN-Karte gewinnen und ein Turtle Beach Headset. Also, lohnt es sich da einzuschalten. In diesem Sinne, Freunde, bin ich raus. Man sieht sich zunächst wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.